Ich meine hier sieht alles gleich aus. So, jetzt haben wir das hier HV-Kabel. Jetzt brauchen wir dann noch... ...drei weitere. Okay, das ist gut, das ist gut. So, was brauchen wir da? So, ich schätze mal sieben brauchen wir nicht. Ich mach mal... ...drei Stück. Ah, die sind dann auch close, dann hab ich gar nicht gesehen. Haha, gut zu wissen. Die haben ja noch 50 Stück. Wir sollten hier jetzt für ein Vieh... Hau ab! Geh weg! Geh kaputt! Alter, ich krabbel hier für Viecher rum. Jetzt stimmt so ein Fenster rein. So. Aha. Da brauchen wir gar nicht so viel, siehst du? Wir hätten nur noch zwei gebraucht. Ne, für deinen Reaktor brauchst du sowieso noch ein paar mehr. Ich brauch ja keinen Reaktor mehr. Achso. Warum? Ja, brauchen wir doch nicht mehr jetzt. Ja, ja, das produziert zwar, wenn du viel Strom brauchst... Ach nee, das war jetzt sinnlos. Hä? Was war das jetzt? Ich will nur, dass das Ding... Zeigen jetzt die drei Kontakte nach unten, jawohl. Weil das ist nämlich der Eingang. Und du hättest das mit dem... Mit der Range drehen können. Ist ja egal. Ich wollt's halt jetzt direkt so... So, und hier... Wo willst du jetzt die... Medium Voltage-Dinger hinbauen? Ja, hier drüben. Weil jetzt geht hier nämlich direkt ähm... Mittel raus. Und... Ja, und dann? Mittlere Spannung. Und ganz oben willst du dann... Die Gans nicht regeln. Da sind noch Goldkabel drin. Ja, sechs Stück. Das reicht sogar. Sollte zumindest reichen. So, dann... Ach, jetzt produziert er nicht. Wenn ich das mal grad wieder hinter mein Lepäck... Dann hab ich das nämlich jetzt mal weg aus dem Inventar. Dann bräuchte ich hier nochmal... Generator. So, hier passiert ja noch nix. Dann nehm ich jetzt den Electric Wrench. Ist das Ding jetzt an? Enable. Okay. Enable. Oh. Zu wenig Platz im Inventar. Das Ding da. Was brauchen wir dafür? Und Sprint kann ich grad auch nicht mehr. Das... Das... Komm, wir bräuchten... Was? Sprinten? Oja, was brauchst du hier? Jetzt hör doch mal auf. Ich hab da genau den Plan. Das ist der ultimative Super-Make-Up. Achso, ein Mesa-Räder brauch ich, ne? Ja, du kannst von mir aus tausend haben. Jetzt, wenn du mich hier nur machen willst... Nein, ich mach... Ich brauch, äh, einen Advanced-Maschinen-Block. Kann ich ja nicht. So. Also gut. Dann haben wir's. Hier können wir jetzt halt die ganzen... MV-Geräte mit Strom versorgen, indem wir das da hin machen. Jetzt kommen die jetzt hier oben hin. Hier hin kommen die jetzt. Genau. Okay. Und jetzt halt lege ich einfach hier dieses Kabel hier runter. Ich hoffe nur, dass der Strom auch bis dahin reicht. Der Strom reicht bis dahin. Ich hab da noch nie Probleme mit gehabt. Ja, du! Das ist nicht mehr die alte Version. Das ist eine neue Version. Ich weiß nicht, ob die... dann... Ob die das geändert haben? Weiß ich nicht. So, und daran können wir noch eine Wettbox dann später noch bauen, oder? Die kommen dann drüben hin. Ja, damit da Strom immer noch ist. So. Hier rüber. Müsste ja eigentlich klappen. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja wie in der Grunde GmbH. Hier kommt hier gerade die richtige Musik aufgespielt, ja? Ha! Ich habe ja genau die Mitte getroffen. Genau. Toll. Toll hast du das gemacht. Ja, dann kauft hier ein Jetpack und ziehst es an. Ganz ehrlich. So, jetzt brauche ich erstmal hier so einen... Kommt da Strom? Ja, wo kommt Strom? Ich hab doch gesagt, da kommt Strom. Ich brauche Kohlen, das. Haben wir das noch? Ne. Brauchst du mal Kohlen, das? Ja, ich brauche Kohlen. Ähm... Das siehst du, damit sind jetzt all unsere Probleme für immer und ewig aus der Welt geschafft. Brauch noch Holz. Dass da oben mal zugemacht wird. Ey, ich will hier keinen Elektrik-Dingsbums. Kannst du den bitte mal wieder abbauen? Ich tu die Sache mal hier nicht. Das ist ja nicht alles... Mann, dann friss halt jetzt was, du blöder Typ, ey. Ich weiß aber nicht, ob man für den... Eine Stunde nehmen wir erst auf, ist ja wenig. Für den... Ah, ich will doch nicht den... Ah, ich will doch nicht... Wird öffnen. Was machst du denn? Was machst du denn da? Ich weiß nicht, ob wir für den, äh, äh... Ritori Mace Rater, ob wir da ähm... Ähm... Mittel oder so brauchen. Weiß ich nicht. Egal, was wir brauchen. Wir haben es auf jeden Fall. Ja, ey, ich weiß aber nicht, wo wir es hinbauen sollen. Müssen... Können... Was weiß ich. Wann was wir es anschließen dürfen, das weiß ich halt nicht. Chill, das werden wir dann herausfinden. Einmal boom und alles ist fick. Warum? Ich nehm zuerst LV. Und wenn LV nicht geht, dann nehm ich MV. Ja. Und wenn MV nicht geht, nehm wir HV. Und eins von den dreien wird dann schon passen. Von unten nach oben. Dann geht auch nix kaputt. Ja, HV ist auf gar keinen Fall. Wie ging das nochmal? Das ist glaube ich nur dieser... Dieser Dingens ist das glaube ich nur... Nur der Mastfabrikator. Ja. VKV. Wir brauchen... Kann alles nehmen jetzt. Der ist ja nicht so... Ah, das kann jetzt dauern. Okay, also wir müssten dann mal auch die Kisten nach unten verfrachten. Wir brauchen dann aber einen... Das ist besser. Nach unten verfrachten? Warum nach unten? Wenn wir das da oben mal leer werden, ein bisschen. Wieso? Ja, auf der einen Seite nur. Dass wir die Geräte wieder hinstellen können. Ähm... Warum schreibt's? Ne, jetzt nicht. Ja. Auf jeden Fall für den Induction-Furnace brauchen wir... Oh ja, viel Kupfer. Brauchen wir mit Medium, das weiß ich. Ja. Der macht dann Sim 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 alles durch. Was wir da reinschmeißen. Da müssen wir Hebel hin machen, dann können wir die schon vorheizen. Ja, das meine ich ja. Mach's dann Sim 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 und ist durch. Ich glaube das ist das erste was wir machen sind Generatoren, damit die Strom ein bisschen... Naja, eigentlich bricht das auch nicht viel. Hm, was machen wir an die Decke? Was ist denn das? Ich würd sagen aus Leder Blast Blauer Wolle. Was war das? Also in meinem Texturenpack schon. Achja. Das ist dunkel. Egal. Ich geh mal zu der Wolle. Ne, warte mal. Dann brauch ich erstmal ne Scherbe. Scherö. Tschüss. Ich hol mal Wolle. Oder soll ich die blau färben? Warte mal. Tschüss, ich hol mal Wolle. Ja, dann geh. Oder was für eine Farbe muss ich dann färben, damit die Lila Plus Farbe bei dir ist? In blau, oder? Das war nur ein Witz. Das ist doch schön. Das kommt aber dann bei der nächsten Aufnahme. Wieso, wir können auch ewig aufhören? Auf ewig. Auf ewig. Ne? Habt ihr den Mythos auch gesehen, das Video? Muss ich gerade mal so anmerken. Ich denke, ja, keiner. Von Squidward Suizid. Wo der Theos den Tag des Selbstmod begeht. Irgendwie ist ein total krankes Video und so. Müsst ihr mal bei Al Blali reinschauen. Nochmal so als kleiner Tipp von mir. Nein, ich mach nicht irgendwie Werbung für den oder so. Warum hast du gerade? Ich meine ja nur. Ja, ist okay. Ist ja eigentlich... Ich sag ja nix. Ich sag ja nix. Ja doch, du hast doch gerade eben wieder deinen Mund aufgemacht. Ja und? Ja und hast mit dermaßen einen reingewürzt, das brauchst du gar nicht. Nein, darfst du nicht? Doch. Nein. Es ist so wenig Kohle, der es produziert, ey. Ja, wenn du mal die Eisenkiste wegmachen könntest. So, ganz aus. Äh, äh, äh. Ich rast gleich aus jetzt. So, ich will zwei Türen. Seit zwei Stunden will ich zwei Türen machen und ich komm einfach nicht. Wieso soll ich denn hier die Eisenkiste wegmachen? So viel Platz hab ich nicht. Wieso soll die überhaupt gar weg? warum dass wir da unsere geräte wieder hin platzieren können dann machst du selbst so hier sind jetzt hier sind jetzt zwei türen ja ich sehe das wie soll ich die tun ich lass mir einfallen schmeißen wir die da einfach mal jeden an die wand das ganze zeug da rein was das zeug das was das was wir dann auch alles mal sortieren wir haben noch gar keine kisten doch gar keine ordnung ja den fern ist müsste dann noch mal abreißen ich verstehe es nicht warum das so wenig strom verbraucht jetzt auf einmal also beim letzten mal der elektrische schraubschlüsse im lossless mode einfach alles verbraucht also er war komplett leer konnte nur ein gerät mit abbauen aber laut meiner information hier ist der andere verstehe ich nicht so ein paar kabel damit wir den anschließen hast du noch kabel ich habe noch kabel ja was ist dann machen wir da eine schreihe hin schmeißen wir die mal her und den fern ist am besten auch und alles keine ahnung aber bau dann die geräte nebeneinander die wo nebeneinander gehören ja ich brauche erstmal weißt du ich bin ein bisschen so ein ordnungsfreak ok ich habe ja nur eine sache dann schmeißen wir den ding einfach mal da hin und ich glaube das müssen wir jetzt brennen ne ne warte mal das muss man das muss man in den kompressor haben wir einen kompressor ja dann gib mir den mal bitte ich hab den nicht ja wo ist denn der dann? ich hab nur die zerkleiner da achja die stelle stehen da hin und stelle wir mal da da muss das hin ich muss jetzt erstmal so ein paar von den dingern hier produzieren so also unser keller ist bis auf die decke perfekt gut so hier haben wir zwei türen da geht es dann hinten in den wartungsschacht und jetzt brauche ich noch advanced alloy da brauche ich mixed metal ingot also brauche ich bronze, refined iron und tin ein paar stück die willst du jetzt gleich hier alle herstellen ja würde ich gerne wenn das geht ja damit wir was also auf jeden fall den induction furnace der der dem würde ich gerne noch machen damit wir ja so ich verbrauche jetzt einfach mal ganz dreist den ganzen strom macht das das interessiert dich überhaupt nicht, ne? wieso? was machst denn du? ich fülle mein labpack auf ja meins ist voll meins auch na dann jetzt schon wie viel strom ist denn da noch drin? ahhh ahhh ich hab dich eingesperrt ahhh du dreister Hund ja hier mit den maschinen da müssen wir auch noch ein bisschen um die werden weggerissen der ist ein Ratserratzer also erzähl mir jetzt mal ein wovon wovon machen wir die Decke jetzt ja keine Ahnung du wolltest doch wieder Platzbrauen Decke bauen was? ehhh die können ja aus Marvel bauen wir haben ja noch genug ok ich weiß nicht ob das passt ich mach jetzt erstmal die Kistenordnung ja mach Eisenkisten die verbrauchen nicht so viel Platz und sind Doppelkisten aus was gehen werden die gemacht? du machst ne Kisten und hörst aus nochmal Eisen normales Eisen? normales Eisen ich glaub der Junge will mich verarschen wieso? einfach so man weiß es ja nicht ja toll du kannst mich mal was machst du? ich brauch Bronze also wie macht man nochmal Bronze? es ist voll schon klar dass ich da jetzt wieder angeschissen werde mach mal Bronze nochmal Zinn und Gold äh ne irgendwas Staub Zinn und Kupfer war das doch irgendwas ne? mhm ich glaub das war so und dann so genau da gibt's Bronze Staub genau ok dann machen wir das mal ich brauch wie viel brauch ich denn? ich brauch zwei von denen also vier also brauch ich vier von denen also brauch ich sechs mal vier vier und schmandschig vierundzwanzig vierundzwanzig Jahre Krieg jo fehlen aber noch ein paar wie drei 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 drei